Die Grüne, die mich von Anfang an begleitet, ist Iris Bellstedt, 1994. Gemeinsames Interview, sie damals jüngste Ratsfrau, ich damals jüngster Bezirksvertreter. Seit 20 Jahren ist Iris also in vielen Bereichen mit mir die Wege gegangen, im Sozialbereich, im Jugendhilfebereich. Im letzten Jahr habe ich sehr bedauert, dass Jens Petring den Rat verlassen hat, weil ich ihn im Jugendhilfeausschuss als sehr kompetenten und kollegialen Partner erlebt habe, mit dem man da auch in der Sache zwar immer heftig streiten konnte, aber auch viele Dinge gemeinsam auf den Weg bringen konnte. Und im Sportausschuss ist es ja eh so, dass wir da parteiübergreifend immer für den Düsseldorfer Sport gemeinsam streiten. Und da hat man mit den Kollegen der Grünen wirklich sehr wenig Schwierigkeiten, gute Zusammenarbeit, sodass ich sagen kann, auch im Jahre 2013 war es unterm Strich bei allen Differenzen und allen Auseinandersetzungen eine gute und konstruktive Arbeit für unsere Stadt Düsseldorf.